Danke fürs Lesen und auch in meinem Namen danke fürs Zuhören. Danke, dass du bis zum Ende des E-Books dabei geblieben bist und deine Zeit damit verbracht hast, etwas über die erwähnten Ausreden und passenden Antworten zu lernen. Es ist wirklich ein so machtvolles Wissen, das man haben kann. Ich glaube ernsthaft, dass du als Individuum bewaffnet mit dieser Information die Macht hast, eine starke Stimme für die Tiere darzustellen. Du hast die Fähigkeit und Möglichkeiten, einen unheimlich wirkungsvollen Aktivismus für den Veganismus zu betreiben. Alles, was es braucht, ist ein Gedankenanstoß, um das Leben so vieler zu verändern. Ich würde nun gerne die Gelegenheit nutzen und empfehlen, den folgenden Organisationen beizutreten, auch in Deutschland, Schweiz und Österreich aktiv. Bei ihnen kannst du deine Fähigkeiten als Aktivist üben. Anonymous for the Voiceless, The Safe Movement, Direct Action Everywhere. Das sind die drei Organisationen für aktiven Aktivismus. Ich bin außerdem auch Mitbegründer und Co-Direktor der Aktivismusorganisation SEARCH. Wenn du also in Großbritannien lebst oder zu Besuch bist, komm gerne vorbei, um bei unseren Aktivitäten mitzumachen. Und danke nochmal für das Lesen und nun verändere die Welt. Dein Earthling Ed, Ed Winters Ende des Hörbuchs